Ein Ohn, Mioji? Verzeiht, aber ich kann euch auf keinen Fall zu diesem Jemand durchlassen. Warum stellt ihr euch mir in den Weg? Könnte es etwa sein, dass er euch befohlen hat, mich zu exorzieren? Warum will er so etwas Grausames tun? Mich solcher Schande aussetzen? Wo ich doch extra gekommen bin, um ihn zu sehen. Hasst er mich dem so sehr? Wo ich doch endlich voller Liebe zu ihm gekommen bin.